Die graue Eminenz gibt sich die Ehre in Grau. Meine Stadt in Dunkelgrau, der USC. In der Anfangsphase eine recht ausgeglichene Partie. Der USC kann noch mithalten, doch das ändert sich in der Folge. Spätestens nach 15 Minuten und dann der Moment der Woche. Marc mit einem Traumtor. Unser Markus Weschford dieser Woche. Unfassbar schön. Und das ist dann spätestens der Hallo-Wache-Effekt für meine Stadt, die in der Folge ihren Stiefel ganz, ganz souverän runterspielen. USC-Keeper Tim weiß gar nicht so richtig, wo ihm der Kopf steht. So viele Bälle kommen da in kurzer Zeit auf seinen Kasten. Geflogen, der USC kann nur zu selten zeigen, was wirklich in ihnen steckt. Und so wird es am Ende, das ist schon frühzeitig klar, die vierte Niederlage in Folge, während meine Stadt den dritten Sieg in Folge landet mit 17 zu 5.